Die Bahnverteilung für den 7. Lauf, auf Bahn 0, Schwindelküß, bei uns in der SC 1. Die Bahnverteilung für den 7. Lauf, auf Bahn 1, Jürgen, Rundländer, C88, auf Bahn 2, Moritz-Sommer, es ist Hausernsüberg, auf der Bahn 3, Vintour-Wohna, C88, Lane 4, Renaud Stierkot, und dann erst mal Robin von Polen, Bahn 5, Ali Kebal-Aküt, es ist hier schwer, auf Bahn 6, Matthias Jost, vor der Marmol, auf 7. Lauf, auf Bahn 7, Lauf, auf Bahn 7, Lauf, auf Bahn 8, Jürgen, Rundländer, TSC, auf Bahn 9, Jürgen, C88. Lauf, Bahn 7, Lauf, Bahn 5, AR, internal,all, Rundländer, TSC, auf Bahn 8, Jürgen, Rundländer, TSC, auf Bahn 9, Jürgen, Rundländer,park Förläggen, Rundländer, TSC, auf Bahn 9, Jürgen, Rundländer, TSC, und Kölnänder, TLC Untertitelung des ZDF, 2020